Trauriges Geständnis von Christina Henni Die kleine Tochter der Profi-Tänzerin muss ohne Oma und Opa mütterlicherseits aufwachsen. Denn Christina hat kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Bei Instagram hat die 34-Jährige jetzt erstmals über die zerrütteten Familienverhältnisse gesprochen. Leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut. Seit Juni 2024 ist Christina Henni Mama einer kleinen Tochter und teilt regelmäßig ihren Mama-Alltag mit ihren Fans. Aufmerksamen Followern ist dabei aufgefallen, dass Mama und Papa des Let's Dance-Stars offensichtlich keine Rolle in deren Leben spielen. Immer wird Christina daher nach der Beziehung zu ihren Eltern gefragt. Nun hat sie offen und ehrlich darüber gesprochen. In einer Fragerunde bei Instagram wollte ein Follower wissen, wie oft sie ihre Eltern sehe. Lesetipp Let's Dance Lovebirds Christina und Luca Henni sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr habt vermutlich bemerkt, dass ich das Thema hier meide. Das ist etwas, das mich sehr belastet und ich nicht weiter thematisieren möchte, beginnt Luca Hennis, 30, Ehefrau ihre Antwort. Sie habe es sich selbst anders gewünscht, aber leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut. Warum und wie lange, erzählt Christina allerdings nicht und möchte das Thema auch weiterhin meiden. Ich hoffe, das reicht als Statement auch in Zukunft. Christina Hennis Tochter Christina Hennis Tochter wächst ohne Großeltern auf, doch in Christinas Familie scheint nicht nur böses Blut zu fließen. Zu ihrer Schwester Natalia Fischer pflegt sie eine besonders enge und schöne Beziehung. Ich habe aber eine großartige Schwester, mit der ich alles bespreche und unser Band ist stärker als alles andere, erklärt die 34-Jährige abschließend. Zu dem Statement postete Christina ein Foto von sich, auf dem sie mit ihrer Tochter schwanger war. Ob das kleine Mädchen seine Großeltern mütterlicherseits jemals kennenlernen wird, scheint aktuell völlig unklar zu sein. Lukas' Eltern sind hingegen sehr präsent im Leben ihrer Enkelin. Sie ließen sich scheiden, als er fünf Jahre alt war. Der Sänger pflegt aber zu beiden ein enges Verhältnis, wie er in der Vergangenheit immer wieder klar machte. Stattung aher, unter der Vergangenheit immer wieder zu den Vergangenheit immer weiter zu sein. Sie ließen sich scheiden nicht nur, weil sie nicht immer wieder zu sein. Dies geschleven, wunderschöne Spiegelkröne. Spiegelkröne. Untertitelung des ZDF, 2020